Hallo, herzlich willkommen bei SunnyTested. Heute möchte ich euch diesen Selfie-Stick vorstellen, der kann noch länger ausgezogen werden. Und hier haben wir zwei Mini-Lichter, die sahen auf der Produktbeschreibung deutlich größer aus. Deshalb mache ich euch jetzt auch mal hier ein Video von. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Problem. Hier unten werden sie eingeschaltet, da ist ein Knopf, sieht man da. Und jeder Seite muss einzeln geladen werden. Aber weshalb dieser Stick ganz schlecht abschneiden wird, bei mir ist das da. Merkt ihr das? Das mache ich nicht mit Absicht, denn genau, irgendwas in dieser Stange dreht sich hier hin und her und das ist echt ätzend. Merkst ihr das? So, geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Hier ist zwar das Gestänge, finde ich zwar recht stabil, aber hier diese Dämpferhalterung ist aus Kunststoff und das ist eine Katastrophe. Mein großes 13, ja, auch mal ablegen, ist schwer. Egal wie versuche ich es gerade zu halten, es rutscht zur Seite und es macht gar keinen Spaß so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.